es soll wohl nicht so uja und bin ich über 40 und so das ist cool ich hab eigentlich gar nichts mehr an hier ist mir scheiße ja also die sachen ist mir aber egal da bin ich auch natürlich mit hallo du hast auch mitgenommen ich wusste gar nicht dass da einer ist genau so könnten wir jetzt nicht mal ein bisschen gif finden freunde ich treffe manchmal monstern geht doch danke jetzt kann ich auch batterien machen mein einfach mal alles pausen mitnehmen wahrscheinlich vergifte ich mich selbst innerlich ist mir ja so jetzt sind wir doch endlich mal auch da fertig hier mein gott so immer wieder die copper bar smelten und die batteri achso ja da kommen wir rein jetzt nehme ich auch immer wieder alles mit und die batterien dann kann ich mir herstellen das stück so brauche ich irgendwas anderes noch ich mach erstmal 6 so und ab die post so upgraden so 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 wir brauchen wir hier nochmal copper ist easy zu machen aber du hast die ist halt noch so meh oder wir haben hier ein neues pet station pixel kompressor pixel printer what the what the fuck real crafting table da kommen wir jetzt doch schon mal an neuere sachen freunde campfire wir machen uns erstmal ein pixel kompressor so ich glaube das ding nachher ich glaube das ding ist gut we're station jetzt kommen wir mal richtig hier an an sachen dran jawoll so nächstes ziel ist eine real crafting table real crafting table das ist das nächste was wir bauen dafür brauchen wir eine dual steel bar denn damit kommen wir wahrscheinlich dann auch eigentlich mal weiter 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 so wo haben wir das da ist die raffi und die kann sogar da oben hingesetzt werden das ist schön so die raffi ist da da ist das die raffi ist die raffi ist das ist natürlich das ist natürlich krass tun auch was bringt 50 ok titanium 40 ok also das ist schon recht gutes Teil ich nicht schlecht schokolade schokolade machen Öhm... Das ist ähh... Das ist awesome! Bandagen! Aber warum sag ich mal 10 Mal? Davon... Ok... Was ist denn denn jetzt? Davon einfach mal noch 5... Glaub ich mal ab jetzt nur noch Bandagen... Heißt aber auch, dass ich mehr Pfeibes sammeln muss... Ich hab ja schon... Aber ich hab ja schon... Fluchstück... Ja... 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 Das ist halt äh... Ja... Gut... Also... Hier liegt nichts mehr an Upgrades... Das heißt, die neuen Maschinen, die wir craften müssen, sind halt die... Die wir craften müssen... Boah, das war ne Weißseite... Äh... Außer den... Den müssen wir noch machen... Copper... Wir... Äh... Du hast Dealbar... Ich weiß halt nicht... Das ist halt das Problem, was ich gerade habe... Ich weiß halt wirklich nicht... Ähm... Wo die... Sind... Unter der Erde... Weil ich hab die ja nur aus der Kiste hier gefunden... Vier Ohrs... Unter der Erde wahrscheinlich dann, ne... Ist halt... Nicht so geil... Ist immer noch geschlossen... Nein, nicht so... Äh... Jetzt hab ich das auch so... Die hier nicht... Ach... Hallo Pingu... Achso... Ist immer noch jemand... Warte... 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 Nein... Das nicht... Wo... 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 Wo war das denn jetzt hier? Ähm... Irgendwo... Da oben... Glauben... Da... Da... Genau... Nein... Ich... Ich... Ähm... Und zwar... Wallroom... Ähm... Rocket Jump... Multi Jump... Zack, zack, zack... Das ist halt... Das sind halt so die Dinger, wo ich da... Das... Ja... Habe ich jetzt mit Multi Jump? Ach... Das ist... Awesome... Alter... Wie geil... Also... Es geht voran, Freunde... Es geht voran... Warte... 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 Ja... Ja... Gut... Also... Je nachdem... Was hier jetzt an Cooler rauskommt... Wegen den Sachen... Weil 2600 ist aber auch schon nicht so viel, ne? Muss man echt... Echt ganz klar sagen... Ähm... Oh man... Nice... Ja... Weg hier... Weg... 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 Ja... Die... Die... Ich weiß nicht... Flammenwerfer ist eigentlich stark, aber... Nicht mehr so... Ja... Komm weg... Ja... Schon nicht... Eigentlich... Bissere... So... Ähm... Sale... Dann kann ich mir tatsächlich die Tisch... Kaufen... Zack... Die Tischkonsole ist gekauft... Wahrscheinlich hat es das jetzt so... Von... Zuhause aus auch noch machen... Ähm... Wo haben wir denn die... Tolle Tischkonsole jetzt hier... So... Genau... Kann ich jetzt auch zuhause machen... Das ist echt awesome... So... Ah... Das ist echt entspannt, ne? So... Ich kann... Ach du verdammte Eule... Was? Was? Benni was? Verdammte Eule... Oh... Kann man sagen... Muss man immer nie... Ich möchte gerne mit Freunden... Äh... Hier... Ne? Also... Das Spiel ist manchmal echt... Ja... Du mit... Und du mit... So... Und den schaffen wir jetzt... Habe so ein gutes Gefühl, dass wir den jetzt packen... Und wenn ich dann einfach weitermachen... So... So... Hello... Oh Ey! Okay. Mein Gott! Wieso wechselt das denn hier noch? Okay. Wenn er das jetzt öfters macht, dann ist Kiki. Ist machbar, Freunde. Ist machbar. Ihr sollte nur ein bisschen vorsichtiger sein. Okay. 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 Oh ne, das ist jetzt nicht das scheiß Erz. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck, fuck Das ist scheiße, ich bin ziemlich gefickt Ich bin kurz, kurz davor hier das Ding zu rücken Ja! 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 Bamm! Alter, so viele Folgen, so viele Folgen haben wir da Versuche gemacht, Alter, das ist der Wahnsinn! Alles klar, Freunde! Oh mein Gott! Deleted, Freunde! Boah! Alles klar, Jungs! Das war ja mal der Oberbirne! Ja! Jawoll, Alter! Das war ja jetzt von mir? Oh! Oh! What the? What? Wait, 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 what? Töck! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Also gibt es im Weltraum auch sowas ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 es geht los also darf man tatsächlich im weltall sogar mit nur zu kraft basic was er heißt mal ist es dein ernst jetzt das wird immer geiler hier das spiel habe ich schon so oft das wird aber gut geiler für uns von Gibt es hier? Ja, es gibt hier die Tannen, das ist gut. Aber ich habe tatsächlich echt Mediploiter, jawohl. Echt Dings, welchen Problem, wo ich echt keine Healdinger haue. Oh ja. Wollen wir denn jetzt für diesen Tisch? Hier den Tisch. Du hast debufft. Gut. Oh, der Pöl. Was? Wie geil ist das denn? Aber irgendwie Fuel oder so? Ich glaube Fuel ist leer, ne? Ja. Was? Was? Das ist ja mega awesome. Aber ich würde halt... Ach. Was ist das? Tschüss. So, ich mache aber jetzt tatsächlich eine Pause. Ich sage tschüss auch und dann wieder sehen. Euer Beniclo. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.